Das sieht aus, als ob das Spiel angefangen hat. Was hast du getan? Das klingt nicht gut. Trash my game? Schon wieder. Kein Klicker-Game. Oh Mann. Nein! Er hat das Spiel um ein freiges Spiel. Wir werden alle sterben. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe ein bisschen verabschiedet. Das ist Sammlung personenbezogene Daten. Okay. Ich weiß, es könnte komplex sein. Was ist das, Papa? Ein Headspace-Konto mit der Veranwendung. Okay. Ein Headspace-Konto auf deine Fotos, Dokumente, Bankkonten und DNA-Sequenz erlauben. Mit Vergnügen. Können wir jetzt prüfen? Nein? Komm schon! Gehen wir die Geschäftsbedingungen zu? Artikel 1 Nutzer in der Dienste. Der User bestätigt alle Regeln für die Nutzer in den Spieldiensten zuzustimmen. Insbesondere stimmt der zu, soviel deines Geldes möglich für kostenpflichtige Spieleinherde zu auszugeben. Seine Erbe zu verschleudern, um dem Abenteuer ... Bla 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 … Artikel 5023 Preis. Der Spielzugang ist komplett gerade. Der User kann Ingamekäufe betätigen, um seinen Fortschritt zu erleichtern. Dies ist jedoch absolut nicht verpflichtend. Natürlich, da das Spiel von Grund auf perfekt für Spaß und einfachen Gameplay konstituiert. Ich habe in der Frage akribisch genau gelesen und mit Blut unterzeichnet. Natürlich. Oh Mann. Das Spiel sieht anders aus, nicht wahr? Alles klar, kein Zeitpunkt zu verbrauchen. Lass mich unsere Freundin aufwachen und gehen wir die Prinzessin zu retten. Komm her! Ich habe den Bedeutung gemacht, aber ich konnte ihn aufwachen, nicht wahr? Ich habe den Bedeutung gekauft, wenn du ihn aufwachen kannst. Oh! Was? Der Bedeutung gibt dir Koins, wenn du sie klickst? Oh ja, das ist richtig. Es ist free-to-play. Okay. 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 Hey! 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 Das macht das Spiel schon wieder im Spiel werfen. Oh Gott. Okay. Oh, man. Ah, come auf. Oh Gott. Ah, scheiß Klickerspiele. Ah, Schuhe. Heldengeschwindigkeit. Mhm. Aha. 300. Schuhe. Yeah. Okay. Wie offen? Kein Schlüssel? Ah lol. Oh Gott. Noch mehr Klicken. Ja. 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 Energieleiste. Ja. 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 Ah, mein Balken ist größer. Die große Tradition der Müsli-Zwerge schmiedet. Das ist neu. Wer will eine Lösung finden? Ich könnte es wegschaufeln. Oh, eine Lootbox. Lootbox? Ich mag das Geräusch nicht. Okay. Mit den Müsli-Zwergen hätten wir erstmal ausgesorgt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der Müsli-Zwerge hat sich selbst und ich hatte nichts zu tun. Oh. Aha! Oh. Oh, ein Gold Box. Ehh. Ja. Oh, bisschen Geld rein. Mach die scheiß Loot-Bot weg. Ja, allerdings. Ja, allerdings. Geh mal hier. Ja. Krieg auch gleich Hunger. Kann sie jetzt mal rüber gehen? Ach, nicht Folgen noch? Möchte keine Loot-Box. Ah. Wieder her. Energie tanken. Hm. Sie bauen etwas? Wahrscheinlich ein Parkplatz. Ah, nein. Es gibt keine Lillipads. Hm. 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 Fehlter Lassi. Wahrscheinlich jetzt wieder Geld. Ich habe keine Ahnung, wie wir über das Wasser kommen. Und ich sehe nichts, was auf diesem Schirm zu kaufen. Die Box. Super Cold. Super Cold. Ich habe einen Spiel, was Super Hot heißt. Super Cold. Super Cold. Hier kann man erstmal nix machen. Mit der Dings haben wir auch nix. Auch die Lootbox müssten hier wahrscheinlich mal auf das andere kommen. Schon wieder. Sie hat darauf verlassen, dass die Lootboxen kommen. Jetzt noch mal. Ah! Super cold. Super cold. Super cold. Super cold. Super cold! Das sind die Spiele, die zu verabschieden sind. Oh. Ja, wie ich. Ja, ja, ja. Eine Spitzhacke. Wieso klicke ich eigentlich die ganze Zeit aus Fass? Ja, ja. Ja, ja. Schneiß brechen. Super. Super. Halt. Super. Oh, du wolltest das Wasser? Aber ich habe es nicht. Ich habe eine sehr schreckliche Meinung. Ja. Wieso wird die Spiele nicht gehen? Ja. So. Ich habe sonst was rumgeklickt. 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 Okay. Darf ich jetzt erstmal wieder... Dinge freischalten? Dann haben wir erstmal die Kisten. Wir kriegen erstmal ein bisschen Geld. Drei-fach klingeln. Schön. Soll ja dreimal so schnell gehen, hm? Made in... Ja, ich kann es mir vorstellen. Wow. Auf einem Busch? Wie hat das Dekor mit Blyphosat oder was? Oh, schau, hier ist etwas Neues in der Shop. Wie einfach. Ja, was ist denn zum Fall? Okay. Gute Frage. Äh... Wir scheiden mal hier die Dinger vorne hin. Äh... Wir scheiden mal hier die Dinger vorne hin. Da ist so ein... Schlitz. Eine Lasche. Da-daa... 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 Da-da... Da-daa... Da-daa... Da-da... Das ist einer, huh? Was ist das, Alter? Hm, hm, hm. Da oben. Aha. Und wieder von vorn. Yay. Oh man. Okay. Na Gott sei Dank, müssen wir hier von vorne anfangen. So, ins Hessen retten. Nochmal. Auf geht's. Go, go. Ah, jetzt kommt doch der Wäscher wieder, hm? Mal gucken, wie wir den diesmal besiegen. Hm. Ein Kunde. Pioniermitglied, nein. Pioniermitglied, nein. So. Okay. 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 You all right, hero? He gave you quite a beating. Hmm. Okay. 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 Ah, ich wusste es. Das klingt zu einfach. Oh. Wie viel kostet diese Zeit? Wie viel kostet? Wie viel kostet? Ein Millionen Coins? Kein Weg wird wir einen Millionen Coins finden. Wir sind hier nicht in der koreanischen MMO. Peace Paper? Oh. Papier, oder was? Okay. Bum-Bum nochmal schreitig schon. Papapa, Deps Paper, okay. Shake your Pokémon... Oh, steh ich ins Fall. Hui! Hm. Hm. Jetzt ist es hier rüber. Mit Papier. Da ist Papier. Oh, ein Pümpel. Ja, danke für die Geschenke. Hm. Noch ein Pümpel. Ah, ich habe eine Idee. Und da haben wir uns eine Million. Haha. Sehr schön. Bravo, Hero. Oh, du bist sehr kraftvoll. Schön, schön. Oh Gott. Well, well, well. He's already here. Perfekt. Kommt nicht ran. Super. Ah. Wie möglich. Aber warum haben sie es da gelegt? Was müssen wir alle so in der Mitte sagen? Ah. Oh. Ich glaube, du siehst sie, Hero. Ich denke, du siehst sie, Hero. Siehst du siehst. Okay. Okay. E-Level. Moment. Ein Sohn war... Ein Sohn war Fion. Fion. Hmm. Okay. What? Yeah. Uh... Sehr schön. Easy. Energie! Oh. Ungefallen. Warum gab es diese Kolumne? Oh. Ich muss mich jetzt wieder freischalten. Toco Championship. Äh. Jo. ist mir zahn zu roten ich glaube hier fehlt die 3 ist das richtig sieht so aus dass die drei es fehlen hier die vier ja jetzt hier die 2 hier war die 4 das ist die 1 oder ja das ist die 1 wo war die 2 3 4 so zeschön Genau. So, noch einmal, dann müsst ihr das schon auf einmal, wenn ich das richtig interpretiere. Legend of the Secret. Ja, ja, ja. Hm? Ah. Oh, ein Secret. Da, da, da und da. Wie es scheint. Aber es ist die richtige Richtung. Schauen wir mal. Ja. War wie richtig. Bang. Schlüssel. Heru, der Key just fell to the floor. Hurry up and get it. Wunderbar. Haben wir noch mal Glück gehabt. Dank unseres riesigen Balkens. Oh, okay. Sehr cool. E-Bai. Das war's, oder? Komm mal da drauf. Ah. Wie schön. Klicken. So. 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 kann man es natürlich auch machen. so. 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 so d so. mal. Ja, aber krass ist. Okay, gucken wir mal. War hier nicht was versteckt? Geil. Kein Schlüssel. Okay. Das sieht doch wie ein Schlüssel aus, oder? Kein Problem. Haha. Oh, User, du hast es geschafft! Du hast den D.R.C. Oh, danke, danke, danke! Wo hast du eine Schlüssel gefunden? Nein, es geht nicht. Meine Freunde, wir leben. Wieder. Jetzt haben wir es endlich rausgeschafft. Ich bin 100% sicher, dass das endlich der richtige Exit ist. Danke nochmal für alles. Auf Wiedersehen, alle! Yay! Musik Musik Name Musik Eine